Hallo und Herzlich Willkommen zu schon wieder einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir machen hier wie immer einen Livestream von meinen Folgen. Und ich wohne mir ganz kurz und wichtig von mir. So, wir können das jetzt schon wachsen lassen. Und das gehört auch noch. Und dann ist es direkt geworden. Und dann ist es auch. Wenn wir die Zeit bekommen. Und dann müssen wir natürlich zacken. Ich habe jetzt meine Frau nicht da. Nein, ich weiß nicht. Damit kann man auch hier schon das erste Brot machen. Hey! So, daraufhin kann ich... Oh, ich sollte das auch nicht tun. Okay. Okay. Ach ja, genau. So, ich nehme meine ganze Silke raus. Hier. So. So, ich glaube man kann auch direkt wieder runter gehen. Weil wir jetzt mal mit dem Innigfallen müssen. Ob wir auch mal was ich fast vergessen hätte. Jetzt nehmen wir noch den Bruchstein hier. Und den Bruchstein. So. Kreuz. So. VAN DIEREN DASCH zu Sachen. Oh. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, und hier muss ich auch vielleicht mal 32 in den hier reinhauen. Hier kommt der ganze Scheiß rein. Und hier kommt der Scheiß rein. Okay. So. Also passt, hätte ich gesagt. Jetzt können wir auch noch nicht weiter werden. Jetzt müssen wir ziemlich viel Eisen bekommen. Aber wir werden jetzt erstmal unsere Steinspizarten auch brauchen. Daher ist sie weiß. Okay, hier sind wir auf der Höhe 28. Okay. Und wir gehen runter auf die Höhe. So. 12 sagt er mir wieder. Aber wir gehen nur 11. 19. Hier sind wir direkt wieder einen. Schönen. Und. Ich habe hier gerade auch Laue gehört. Schön hier. Und ich habe gerade in die Höhe gehört. Und jetzt machen wir hier. So. Okay. 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 Let's go. Das ist toll. und und auch ich weiß nur, wo Redstone ist, sieht das normalerweise wie hier aus. Also, hoffe ich, jetzt sehen wir uns stark auf den Kopf. Vielen Dank. 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 Okay. Tschüss.